So, beeil dich. Bevor Bo kommt, dann stürzt die Brücke wieder ein. Vielleicht war ich das Problem. Einen wunderschönen Hallo. Bevor wir ins Video starten, wollte ich nur sagen, ja, die Aufnahme fand nur vor Weihnachten statt. Ja, das war meine erste Runde Liefel Company überhaupt. Ja, ich würde mich riesig über Feedback freuen. Danke. Falls ihr Liefel Company nicht kennt, I don't know, was habt ihr verpasst. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es Game Ultra Funny ist, vor allem mit Mods, die wir in diesem Video aber noch nicht haben. Aber, I mean, so Freunde, ich hab ein Schild, wo's geht's? Mo, Mo, guck mal links, was das ist. Ah, Bro! Also, lehnt euch zurück und genießt das Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde, ich werde wahrscheinlich noch bei Steuerung gucken müssen, ne, aber ja. Geh mal hier ran, in den Computer. Wo kommt diese Musik her? Das ist der Shop. Oh mein Gott, die kleinen Taschenlammen kannst du auch weniger schnell an- und ausmachen. Ja, die kleinen Taschenlammen, die ich für euch gekappt habe. Hast du die Idee? Oh, wow! Oh, Dave ist da. Hallo, Dave! Bro, hier ist einfach gar nichts. Ist eine Sackgasse unten? Jo. Ich glaube, das Schwein kommt zu dir nach unten. Bro. Aufs Geländer springen? Aufs Geländer? Mo, ne, Mo, aufs Geländer springen? Ich bin auf dem Geländer. Ja, der macht gar nichts. Der geht zu euch. Los, Schleimi, pack sie dir. Krall sie dir. Oh mein Gott! Geh weg, du putz! Geh weg, du putz! Ah! Ich habe nichts zum verteidigen. Ah, fuck! Lebt du noch? Ja. Wo bin ich? Der ist auch ein Tyrod, oh mein Gott. Ja. Und meine Taschenlampe ist leer. Okay, wir müssen hier wieder zurück. Oh no. Nein, süßer. Der macht nichts. Ach so. Ich löse den aus und dann warten wir, weil er hat einen Cooldun, glaube ich. Oder hat er es? Ich weiß nicht. Ich stimme an ihm oben. Ich lebe noch. Der muss zur Wand kommen, du weißt, oder? Nee, okay, super. Oh, nö. Der muss eh jetzt noch ein bisschen kommen. Das fandest du witzig, ne? Das fand ich witzig. Ah, du kommst doch irgendwie ran. Jetzt geht doch da lang. Hallo? Das ist nicht wirklich gerade passiert, oder? Ich kann nicht mehr. Ja. Nur weil Tilly zu doof ist, da lang zu laufen. Ja. Bro, Tilly. Was? Hä? Du bist so doof gestorben. Aber du bist einfach nicht da lang gegangen. Und war so, hey, du musst einfach nur hier lang. Tilly, bevor du startest, Dave wird auch mit reinschauen. Ja, klar. Aber die, glaube ich, neu starten. Pass auf, wenn das Wetter so ist, kannst du im Boden versinken. Ach so, ja. Aber das siehst du. Ja, das habe ich gerade schon gemerkt. Oh. Das ist voll gerade. Bro is already dead? Ja. Oh, Junge. Wie kann man so schlecht sein? Du kannst den Boden verdingen. Na, hör mal. Oh, da hinten war ein Viech. Da hinten ist ein Viech. Ja. Ich bin fast tot. Holy shit. Ich bin mir schnell abgehauen. Siehst du mein Blut? Ja. Ich nehme jetzt Sachen und gehe zurück. Ich darf die Items nicht verlieren. Ist es schon wieder so weit. Wenn ich jetzt einen Hit noch kriege, bin ich tot. Ich warne dich. Alright, ich glaube nicht. Guck dir meine... Ich rette Dave. Dave! Oh, 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 oh. Ah! Oh, 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 oh. Ich habe ich zwei auf den Düts gehauen, aber ich glaube, es lebt noch. Gib mal herab. Nö. Aber ich brauche das Schild. Was willst du denn tun, willst du den kaputt hauen? Ja, Mann. Der kommt mir auch nicht kaputt. Okay. Okay. Ah, verdammt. Ah. Hallo, Dad. Oh, mein Gott. Ich habe mich noch mal vor. Oh, Mo. Ich werde mich nach Hause tragen. Mo, was ist passiert? Ich habe das Ding gekloppt. One v one. Und dann benutzt er einfach treten. Wir haben gesagt, ohne treten. Und er macht diesen. Wir haben 329. Ach du Scheiße, wir sind ja dick drüber. Ja, heißt, Arschland für alle. Yippie. Wer sei es ist? Willst du unsere Arbeitsgeberin mal kennenlernen? Ähm. Das ist wirklich eine Mutti. Also, sie könnte alles mit mir tun. Ich bin ehrlich. Viele Leute können alles mit mir tun. Ich, 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 fuck. Mo, du musst dein Schild noch hinlegen. Und klingel nochmal. Klingel, klingel, klingel. Ganz laut klingeln. Ganz, ganz laut musst du klären. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Laut, laut, laut. Warum, warum siehst du diese Map und weißt schon, wo lang? Weil es immer die gleiche Map ist. Ach so. Ich glaube, sie weiß nicht, wohin. Ne. Absolut nicht. Deswegen ist hier auch nicht der Haupteingang. Main, main, äh, ne, ne. Das heißt, äh. Dave, ich habe was für dich. Ich glaube, ich wäre da gerade fast runtergegangen. Ich liebe mich. Actually. Ich duck mich. Und pssst. Arm. Warum läufst du so? Weil ich Angst habe. Gehen wir überhaupt richtig? Ja, ich glaube schon. Ich folge dir einfach. Ich glaube, es ist keine Idee. Weil wir falsch laufen. Hahahaha. Guck mal, die sind schon da. Arm. Arm. Und sneaken, sneak, sneak, sneak. Habe ich da Rennen gehört? Der Riese ist gerade genau bei uns. Ah! Mann, Bo, du bist so fett. Hahahaha. Hahahaha. Ich meinte links, dann warte. Nee, rechts drinnen heben. Wir müssen ja noch heute können. Einmal zu steigen. Wir sind doch schon da. Jetzt mal ruhig hier. Passt doch. Die sind ja echt weit. Das ist doch. Ah! Hallo! Wie viel haben wir denn? 166. Ja, ist okay, glaube ich. Wir haben 266. Ah, 292. 306. Ich habe auch noch was in meiner Tasche. Ich habe dein... Nein, das sage ich nicht. Hä? Hä? Wer furzt hier? Oh, da ist ein Furzkissen. Ein Furz. Es tut mir leid. Was denn? Fliegst du uns jetzt auf Titan? Warte, wo sind die Gorken? Wo sind die Gorken? Wo sind die Gorken? Äh... Ja, jeder kriegt... Das ist... Das ist mein Traum-Date. Einfach... Einfach so ein Glas Gorken. Ja. Mo, ich bin leicht glücklich zu kriegen. Gib mir so ein großes Glas von Gorken und... Boah. Da, da, da. Gorken. Schwiegt die Gorken hier auch bei euch? Ja. Geil. Check, check. Ich rede mit dir über das Walkie-Talkie, wo ich direkt vor dir stehe. So, jetzt muss ich mir aber auch reingehen. Das Coole ist, warte, guck mal, wir sehen die hier. Ja. Wir können auch denen die Türen aufmachen. Die Türen und so, naja. Jetzt abhauen, wäre auch lustig. Na, okay. Da. Ich, äh... So. Los geht's. Wir müssen... Ein Planet müssen wir noch machen. Wir brauchen die 100%-Quote. Was müssen wir? Ich bin aus dem Schiff gefackt. Lol. Ist sie tot? Ist sie tot? So, beeil dich. Bevor Boah kommt, dann stürzt die Brücke wieder ein. Vielleicht war ich das Problem. Ich komm hier rein und seh das. Alter! Alter, wer hat er akkuriert? Bro, mein Ausdauer ist ja so Bullshit. Bro, da ist ein Riese. Oh ja. Äh, oh ja. Bro, bro, da ist... Bro, da ist... Ah, scheiße. Was ein Bullshit. Sind alle da? Ja. Ja. Wie zeigt man denn auf irgendwas? Zwei. Oh, das sieht aus wie ein Krüppelfinger. Wegen deinem Stoppschild, wir ignorieren die Nachrichten auf der Squad. Danke. Hä? Hä? Geht's im Stoppschild, bitte. Oh. Das ist der. Das ist der. Shit. Ich lieb. Machen wir später nochmal beim Gurkendate. Ja, versprochen. So, Freunde. Ich hab ein Schild. Los geht's. Mo, Mo, du mal links, was das ist. Oh, Bro! What the fuck, Tilly? Oh, Scheiße. Oh Gott. Ich wollte eigentlich nur mich selber umbringen. Ja, so läuft das immer. Was tun die da mit meiner Leiche? Alter, was passiert? Wo war mein Kopf gerade? Und sonst so? Dave ist viel zu profitabel. Das war eine schöne Bombenstimmung, die Jungs. Du machst viel zu viel Geld, Dave. Hallo. Flup, flubbidu, flup, flubbidu, flup. Ah! Flup, flup, flubbidi, flup. Wir können ihn teleportieren. Ich bin einfach nur hochgesprungen. Es kann doch nicht sein, dass Mo als erstes stört. Der Arme, der hat gar keinen Spaß mit dir. Na, ich hab den Spaß meines Lebens. Äh, Bro! Da war dieses Schatten-Ding. Jetzt müsst ihr nur angucken. Angucken und nicht alleine sein. Mein Akku ist leer. Wie, dein Akku ist leer schon, ja. Er hat schon noch mehr. Er hat wahrscheinlich davor nicht aufgeladen. Gut, dann ist es nur noch wir beide. Ah! Oh. Tschüss. Moin! Ah! Die ist einfach abgehauen! Es ist schon wieder vor. Hier ist es gestorben. Shut the fuck up. Mo, nicht zu lange angucken, das Ding. Einmal kurz angucken und dann weggucken. Ich glaube, Mühele ist weg. So, jetzt müsst ihr nur angucken. Angucken und nicht alleine sein. Haben wir es schon geschafft? Ja. Easy. Erstmal shoppen gehen. Ja. Wie ich mit meinem Gehalt umgehe. Deswegen kann ich mir irgendwann keine Lampen mehr leisten. Ich liebe es! Ich will ein Jetpack. Nein. Oder? Kostet es nicht 400? 700. 700! Grosski! Ich will ein Jetpack. Soll ich... Weißt du, wir haben ein Jetpack zu Hause? Ich will ein Jetpack jetzt! Nein! Boomin! Oh mein Gott! Sind wir beim Company Building wieder? Ja. Ja. Wir haben einen Tag verschwenden. Weißt du, einmal Frau am Steuer. Der Brie sollte unser Anführer sein. Wirklich? Wie ein Anführer das? Wie ein Anführer das? Meister! Uh! Meister! Uh! 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 Meister! Wer ist der Meister? Er ist der Meister! Er ist der Meister! 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 Uh! Er ist der Meister! Uh! Uh! Ich bin wieder da. Schwitschi! Schwitschi! Uh! Oh! Oh! Da ist ein Bienennest! Soll ich ihn mitnehmen? Kriegst du das hin? Ich versuch's! Ich versuch mein Glück! Mach nochmal! Gönn dir! Gönn dir! Gönn dir! Ja! Und nach hinten aufs Schiff! Nach hinten aufs Schiff! Nach hinten aufs Schiff! Ob ich denen helfe? Sind weg! Kannst auch machen! Woher weiß ich nicht, dass das eine Biene ist, die das sagt? Ich wusste es! Und ich werde fahren! Ah! 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 Wir sind hier aber auch in der Nähe! Weißt du wohin? Ähm... Aber es wird von den Bienen! Ah! Bringt ihr nicht zu mir! Ah! Motherf**k! Ah! 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 Ich glaube... Guck mal! Wir haben... Drei Tage! Das war ein bisschen... Das war ein bisschen... Ich bin dann... Scheiß und geh! Ich mag dieses Geräusch! Das erinnert mich an... Das erinnert mich an sie! Ja! Das erinnert mich an sie! Ein Mister! Ein Mister! Ich mag dieses Geräusch! Das erinnert mich an sie! Ja! Ah! Me... Me... When... Nach der Arbeit! Mit dir gerade gezündet!